Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir und zu deiner, deiner täglichen Dosis Vitamin ASMR. Ich hatte jetzt eine Woche YouTube Pause, eine Woche in der kein Video von mir kam und ja, ja, der Grund dafür ist, dass ich aktuell im Hintergrund noch mit einem anderen sehr großen Projekt beschäftigt bin, von dem ich euch ganz, 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 ganz bald ein bisschen mehr erzählen kann. Und da musste ich mich in der letzten Woche intensiv drum kümmern, aber jetzt bin ich wieder da und ich habe mir gedacht, es wäre doch toll, wenn wir heute das Video zu den Namen und Triggern machen. Ähm, genau, zu dem ich aufgerufen hatte. Dazu habe ich mir hier eine Liste gemacht mit euren Namen und euren Wunschtriggern und ich muss sagen, das sind schon ein paar, deshalb würde ich sagen, wir legen gleich los. Wir beginnen mit der lieben Tabea. Tabea, hallo Tabea. Und Tabea mag gerne Mouth Sounds mit Personal Attention. Und liebe Tabea, dazu habe ich mir gedacht, würde ich ganz gerne deine Hände ein bisschen eincremen. Was hältst du davon, ja? Okay, nein, ich kümmere mich um alles. Reiche mir doch bitte deine Hände. Und wie fühlen sich deine Hände an? Schön weich? Ja, sehr gut. Das freut mich. Jetzt kommen wir zu der lieben Luna. Hi, Luna. Und Luna mag gern Plucking und Snipping. Und zwar mit der Schere. Und das sollst du natürlich bekommen. Pluck. 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 Die liebe Samantha oder Samantha, schreib es mir bitte gerne nochmal in die Kommentare. Mag gerne Tipping. Und das sollst du auch bekommen, meine Liebe. Das sollst du auch machen, meine Liebe. Delipatier, Daniel, hallo Daniel, du magst auch gerne personal attention mit mouth sounds. Die Liebe Therese lebt in audible whispering. Liebe Therese, das sollst du auch gerne bekommen. Der liebe Marius liebt es dem Licht zu folgen. Also lieber Marius, bitte schau doch einmal hier in dieses Licht und bitte schau einmal hier hin. Sehr gut. Und einmal hier rüber. Ganz toll machst du das einmal hier rein. Und noch einmal. Sehr gut. Und folge bitte einmal dem Licht komplett bis nach oben. Und einmal komplett bis nach unten. Perfekt. Regine, hallo Regine. Danke, dass du mitgemacht hast. Ich freue mich darüber. Und du magst auch ganz gerne personal attention. Und die sollst du auch bekommen. Denn das hast du auf jeden Fall verdient. Ja. Ich bin für dich da, Regine. Okay? Okay. Alles wird gut. Alles wird gut. Ich bin da. Ich bin da. Die wundervolle Simone. Simone, Simone, Simone mag gerne Buchtipping und zwar auf gebundenen, gebundenen Büchern. Und hier habe ich ein ganz tolles Buch. Meine liebe Manu, du magst gerne Light Trigger und dazu würde ich dich einmal bitten, hier durch diese Kugel zu schauen. Ja, bitte schau durch diese Kugel und folge einmal dem Licht. Ja, das sieht ein bisschen tröb aus, das stimmt, aber das muss ganz genau so sein, ja. Okay, Manu, bitte schau weiter durch die Kugel. Sehr gut, du machst das super. Einmal bitte im Kreis. Wolk, 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 Wolk in dem Kreis. Bitte schau auf das Licht und schau, wie es sich nach unten und nach oben bewegt. Ganz toll hast du das gemacht. Liebe Silvana, du möchtest, dass ich dir die Haare kämme. Ja, das ist gar kein Problem. Sehr gut. Ein bisschen gnotig, deine Haare, aber das haben wir gleich. Sehr gut. Prima. Es ist wie neu. Liebe Ramona, hallo Ramona. Ich möchte dir gerne was vorlesen, wenn du magst es, wenn man dir etwas vorliest. Und zwar aber inaudible, inaudible. Und heute wirklich. Busy, putty ist begeале. Aber heute istое. especially heute night. Jetzt kommt es SJ-ERCEST Linger. Erster H момент. Nur hier ist Schritos-Linger. Da-da-da, da-da. Da-da Entferât. Das ist Anna-Wasch. Oh mein Gott. Gutürk. Ich hoffe, die Geschichte hat dir gefallen. Andreas, Andreas, Andreas mag gerne Mouth Sounds. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Hallo Gottfried Hallo Gottfried Du magst gern Today Dino Hallo, liebe Ida Ida Ich weiß Du hattest einen Harten Tag Und ich weiß, dass Du Personal Intention über alles liebst Und deshalb werde ich jetzt für dich da sein Nein. Ich werde für dich da sein, okay? Und ich sorge dafür, dass du dich ein bisschen entspannen kannst, bei dem ganzen Stress, den du hast, okay? Entspann dich, liebe Ida, entspann dich. Die Liberia mag auch gerne Mouth Sound. Lina, 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 Lina mag gerne das Wort coconut, 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 coconut. Und tapping auf eine Kokosnuss. Und leider habe ich keine echte coconut, coconut. Aber dafür diese hier. Coconut, coconut, coconut. Coconut, coconut, coconut. Co-co-co-co-co-co-co-co-nut. Guna, 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 Guna. Guna, 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 Guna. Guna, Guna, Guna. Ich mag gerne Tracing und liebe Janine, ich würde dich bitten, einmal hier auf dieses Cover zu schauen und... Pea Fitz Gerald Schau einmal hier auf dieses Cover. Und folge einmal hier den Buchtum. Girl Goddess Goddess, Goddess, Goddess Queen Ein sehr tolles Buch übrigens. Andreas, wir haben noch einmal einen Andreas. Hallo Andreas und du magst... Negativity Negativity Plucking Negativity Negativity Plucking Negative Pluck 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 Und die liebe Sabrina. Sabrina, hallo, wunderschöner Name übrigens. Sabrina mag auch ganz gerne Mord Sounds und die bekommt Sabrina natürlich auch. Die liebe Leni. Die liebe Leni mag Spitpainting. Spitpainting und liebe Leni, ich habe gerade gesehen, ein bisschen blass um deine Nase. Und ich dachte mir, könnte dich ja ein bisschen anmalen, ein bisschen Farbe gebrauchen. Sehr schön, sieht super aus. Der liebe Niklas mag gerne Make-up ohne Mord Sounds. Niklas, das bekommst du sehr gerne. Ein bisschen Rouge für dich. Okay, auf den Wangen. Ist das in Ordnung? Ja, perfekt. Halt bitte einmal still. Sehr gut. Zeig mal her. Und auf der anderen Seite auch ein bisschen Rouge. Wir brauchen aber noch ein bisschen. Das sieht ganz hervorragend aus. Wirklich ein toller Glow hier. Und die liebe Tanja. Hallo Tanja. Tanja mag gerne den Pinsel hier am Mikrofon. Und das hättest du natürlich auch bekommen, liebe Tanja. Ich habe gehört, du brauchst mal wieder einen Nasch, nee, tue, 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 tue. Ein bisschen lang geworden, der Pony. Okay, zeig mal her. Okay, ja. Achso, wenn du willst, kann ich zu schnell ein bisschen kürzen. Ja, soll ich machen? Okay, sehr gut. Dann schließen wir bitte kurz die Augen, denn jetzt kommt die Schere. Sehr gut. Okay, das dauert nicht ganz so lang, aber du willst ja auch, dass es vernünftig ist, ne? Zeig mal her. Ja. 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 Hier noch und dann noch kurz. Jetzt mache ich noch ein paar kleine, kleine, feine Details. Sehr gut. Sieht super aus. Sehr schön. Die liebe Melli, hallo liebe Melli, du möchtest gerne eine kleine Ölmassage von mir? Ja. Ja. Im Gesicht. Gerne. Melli, schließ doch bitte, bitte, bitte deine Augen. Entspann dich, lehn dich zurück. Ich hoffe, du konntest dich gut entspannen. Hallo. Jill. Auch du möchtest, dass ich dir die Haare kämme? Ja. Okay. Mit dieser Haarbürste ist das in Ordnung. Okay, Jill. Dann würde ich dir jetzt eben kurz deine Haare durchbürsten. Ja. Wirklich tolles Haar hast du, Jill. So. Das haben wir gleich. Sehr gut. So. Super, das wär's. Der liebe Rocco mag auch sehr gerne Personal Attention und am liebsten im Gesicht gestreichen zu werden. Das ist doch kein Problem. Das ist gar kein Problem. Das mach ich sehr, sehr gerne, liebe Rocco. Ich bin immer für euch da. Ich bin immer für euch da. Ich wünsche dir auf jeden Fall heute eine gute Nacht und einen erholsamen Schlaf. Die liebe Jana, liebte, 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 liebte. Mit dem Pinsel über dem Mikrofon, mic, mic, mic brush. Liebte, 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 lie Und zu guter Letzt, zu guter Letzt kommt die liebe Franzi, Franzi, Franzi und Franzi mag gerne Trigger Words, Trigger, 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 Trigger Words und ich habe mir einfach mal drei Trigger Words für dich rausgesucht, liebe Franzi. Ich hoffe, du bist mit meiner Auswahl zufrieden. Kit, 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 Ihr Lieben, das war's mit euren Wünschen. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat und jedem Einzelnen auch sein Part gefallen hat und ja, das hat mir großen Spaß gemacht. Wir können das gern irgendwann mal wiederholen und jetzt wünsche ich euch allen, jedem Einzelnen von euch, auch allen, die heute zugeschaut haben, ähm ja, deren Namen nicht dabei waren. Ich hoffe, ihr könntet alle gut entspannen und schlaft schön hier.